Muswiesen Sonntag Während Heiko noch auf dem Rückweg war, aßen Lisa und ihre Eltern bereits zum Mittag, weil Maria nun doch über Hunger geklagt und Bedenken geäußert hatte, ob Heiko wirklich so schnell zurück sein würde. Lisa und ihre Mutter holten sich Maultaschen mit Kartoffelsalat, Roland einen Burgunderbraten. Heiko müsste sich nachher eben selbst anstellen. Gemeinsam setzten sie sich an einen der wenigen freien Biertische neben eine ältere Dame, die unter der dunkelgrauen Strickweste zum dunkelgrauen Rock eine weiße Bluse trug und das hellgraue Haar streng gescheitelt zu einem Dutt gesteckt hatte. Ihr gegenüber saß ein etwa 40-jähriger Mann, der leicht dicklich war und dessen Haupthaar schon etwas schütter geworden war. Er trug einen gestreiften Pullover und darunter ein Hemd. Die beiden nickten grüßend, als Lisa sich mit ihren Eltern zu ihnen gesellte. An Gurde wünschte die ältere Dame und lächelte Lisa freundlich zu. Gleichfalls antwortete Lisa und schenkte den beiden ebenfalls ein nettes Lächeln. »So, jetzt ist schon wieder Mauswies, das geht so schnell, so schnell kann man gar nicht gucken«, begann die Alte. »Ja, ja«, erwiderte Lisa und probierte die Maultaschen, die hervorragend schmeckten. »Sind Sie aus der Gegend?«, erkundigte sich Maria im Plauderton. »Mir sind von Großbärenweiler«, gab die Frau Auskunft. Maria zog die Augenbrauen zusammen und fragte, »Bitte von wo?« »Von Großbärenweiler«, »das liegt neben Kleinbärenweiler«, informierte die Dame und schwenkte dabei auf leidliches Hochdeutsch um. »Und das gibt es wirklich?«, hakte Maria nach. »Aber klar«, versicherte die Frau, »wir haben da einen großen Hof, 25 Hektar«, fügte sie hinzu und musterte Lisa wohlwollend. »Das ist übrigens der Karl-Heinz, unser einziger Sohn«, fuhr sie fort und wies auf ihren Begleiter. Der hob den Kopf und lächelte Lisa schüchtern an, um anschließend sofort puterrot anzulaufen und wieder in seinem Essen zu stochern. »Ach, angenehm, ich heiße Lisa. Und das sind meine Eltern Maria und Roland Luft.« Die ältere Frau nickte anerkennend. »Und, habt ihr auch einen Hof?« »Wir? Nein, ich bin Polizistin und meine Eltern besuchen mich heute.« »Ach, Polizistin«, entfuhr es der Frau mit einem undeutbaren Unterton und Karl-Heinz sagte »So«, bevor er ein weiteres Stück von seinem Schnitzel abschnitt und es sich konzentriert in den Mund schob. »Und wie alt sind Sie?«, wollte die Frau wissen. »35«, gab Lisa höflich Auskunft. »Der Karle ist 40«, informierte die Frau. »Wir haben uns heute die neuen Bulldogs angeschaut«, äußerte sich nun Karl-Heinz zum ersten Mal artikuliert. »Ach, tatsächlich«, erwiderte Lisa und lächelte höflich. »Und?« »Wir kaufen einen Fendt. 250 PS Boldi«, erklärte Karl-Heinz nicht ohne Stolz, zückte einen Prospekt und legte ihn beiläufig neben Lisa auf den Tisch. Lisa erinnerte sich lächelnd an das Lied »Fiel Fendt, viel Ehr«, der Hohen Lohrmund-Artband »Anneweg«, in dem die Vorzüge eines solchen Prestigegefährts gepriesen wurden und betrachtete die Broschüre wohlwollend. »Einen Sex-Scharpflug haben wir schon«, erzählte die Frau weiter, »und hundert Rinder. Jetzt braucht der Karl nur noch eine Frau.« Sie lächelte Lisa hingebungsvoll an. Bei Lisa fiel der Groschen, sie beeilte sich zu sagen, »Ich bin leider vergeben.« Karl-Heinz errötete erneut bis unter die Haarwurzeln und senkte schüchtern grinsend den Kopf. »Also, Morder«, zadelte er die alte Dame. »So, das darf ich doch suchen, das ist doch ein schönes Mädchen. Und vielleicht hat sie eine Schwester?« Lisa schüttelte den Kopf, »Nein, ich bin leider ein Einzelkind.« Karl-Heinz aß ein weiteres Stück Schnitzel und schwieg. Aber seine Mutter redete weiter. »Schut.« »Auer Karl, am Mittwoch ist aber ein Malerloh!«, bestimmte sie. »Wann soll er was machen?«, fragte Maria im Flüsterton. »Am Mittwoch«, wiederholte Lisa, »erklär ich dir später.« Sie zwinkerte dem armen Karl-Heinz, dem die ganze Sache offensichtlich unendlich peinlich war, verständnisvoll zu. In diesem Moment erschien Heiko mit einem Teller Burgunderbraten in den Händen. »Ach, siehst du, jetzt hätten wir doch bei der Solveig ein Tofu-Dinkelfladen mit Rucola und Walnusspesto essen können,«, frotzelte Lisa. Heiko verzog das Gesicht und sagte, »Nix. Vorher verhungere ich.« Karl-Heinz und seine Mutter ergriffen, als ich Heiko zu ihm gesellte, schnellstmöglich die Flucht. »Und was ist jetzt am Mittwoch? Was soll der junge Mann machen?«, wollte Maria wissen. Als Mutter und Sohn verschwunden waren. Lisa begriff zuerst ihre Frage nicht, aber dann lachte sie und antwortete, »Ach so, der Karl-Heinz. Am Mittwoch ist lediger doch. Da soll er ohne seine Mutter hingehen.« »Lediger doch«, korrigierte Heiko sofort. Lisa war schon süß. »Und was ist das genau?« »Ledigen-Tag«, übersetzte Lisa, sozusagen Single-Party. »Liebe vergeht, Hektar besteht«, dozierte Heiko. »Ach, deshalb hat der junge Mann mit seiner Hektar-Fläche angegeben,« schloss Roland. »Na, das war wohl kaum der junge Mann, sondern viel eher seine Mutter«, korrigierte Lisa. »Da hast du allerdings recht«, stimmte Maria zu und fragte an ihren Schwiegersohn ins Spägewand. »Werden bei euch viele ihn auf diese Weise geschlossen?« »Fast jede«, meinte Heiko, nachdem er endlich sein erstes Stück Rinderbraten hinuntergeschluckt hatte. »Meine Eltern wurden auf diese Weise verheiratet.« »Ach, tatsächlich«, Heiko nickte und fuhr fort. »Ja, und an der Hochzeit wurde ein Wildschwein geschlachtet, und meine Eltern haben sich dann mit dem noch warmen Blut eingerieben, während der Dorfälteste aus den Eingeweihten die Zukunft...« »Wer veräppelt dich, Mutter?«, unterbrach Lisa und trat Heiko unter dem Tisch gegen das Schienbein. » » Vielen Dank.